Wir fahren gerade auf dem Weg zum Wienglas Bay und suchen jetzt den Parkplatz. Ist ganz hübsch hier, wie man sich hier kommt. Der Empfangskommitte. Sie sind so süß. Jetzt machen wir uns mal auf nach Wienglas Bay. Zwei Stunden gehen. Das ist ein 40-Minute-Walk-Ticket ab. 40 Minuten muss man gehen, bis man da ist. Und da oben müssen wir noch irgendwie rauf. Ist schon ziemlich steil alles hier. Also, wir sind gerade 10 Minuten gelaufen. Und das ist schon mal einer der ersten Ausblicke hier. Und weiter geht's. Auf wir gehen, Kirsten. 5 Minuten mehr. 5 Minuten mehr. 5 Minuten mehr. 6 Minuten mehr. Das sieht aus. Das ist wie es sieht, ist es ein guter Walk. Weingars Bay ist da, unten ist das Weingars Bay. Wir sind da ganz gespannt, wir sind wirklich sehr interessiert, wenn es wirklich so cool ist. All right, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist eine Weinglasbucht. Ja, es ist ein guter Weg hier, aber dann wieder, ich denke, es ist wert. Beautiful rugged mountains. All right, we are just going to enjoy. Wir genießen jetzt die Aussicht und dann machen wir uns auf den Weg wieder runter. Wir sind gerade angekommen in Sleepy Bay. Ungefähr eine gute halbe Stunde, about 30 minute walk from the car park. And we get greeted by this beautiful place. All right, we arrived at Cape Tourville. And looking back to Weinglas Bay. Dahinten ganz weit ist das Weinglas Bay, wo wir auf dem Lookout waren heute Morgen als erstes. Da ist es. Und jetzt laufen wir um den Leichthaus rum, um den Leuchtturm einmal rumlaufen. Und wo ist mein kleine Honeepot? Wo ist mein kleine Honeepot? All right. Okay, wir sind bereit. We are live from Coles Bay. Guckt euch das an hier. Cold Bay. Cold Bay. Cold. It's freezing. 14 Grad, 14 degrees max. Maybe. It is, no swimming. There is definitely no swimming happening. But it is very, very pretty. Don't say pretty. See ya. Ity- All of a sudden it disappeared. Full of something! A lot of a slab here. Now it's probably going to be flat again. Good. 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 You will see you. Spiky Bridge Alright, we just arrived at spiky spiky bridge a bridge built by convicts an der Brücke was gebaut wurde von Gefangenen in 1840 rum und it just looks quite interesting it's just next to the new highway and this was an old the old couch road und es wurde eben wie gesagt von Gefangenen gebaut in 1849 und da, ah, kannst du gerade sehen und da waren wir heute Morgen da drüben auf der anderen Seite hier haben wir geschlafen es ist der erste Advent und wie gesagt, hier haben wir geschlafen und wir sind in Rocky Hill hier ist der Meer wir konnten es die ganze Nacht hören und ja, ein nice little spot und jetzt geht's weiter Richtung Dun Alley towards Port Arthur We just arrived at the Liz Dillon Salt Works a mine not a mine kein Bergwerk sondern wo sie Salz gewonnen haben in 1830 only for 10 years sieht nett aus nur für 10 Jahre sieht nett aus yeah, something to see on the way well there is the van we are still here at the salt work there is the van just going for a walk a mine spazier gehen Kerstin is looking for shells Kerstin is looking for Kerstin is looking for muschern we are truckload of muschern shells we get there all right thanks for watching the video um yeah, shit all right, take two thanks for watching the video danke fürs Zuschauen yeah, bleibt gespannt auf was kommt es kommt noch mehr there is way more coming all right, take it easy folks talk to you soon bye